Hallo zusammen, willkommen zu der nächsten Episode von Aid in Taiwan. Ich bin in einem Möbel geschafft, um einen Tisch zu kaufen. Und was noch speziell ist, ist, dass wir unsere eigenen Schuhe ausziehen und so Finken anlegen müssen. Vielleicht sind das hier. Also wir müssen hier so Finken anlegen. Die hausinterne Finken, damit der Boden immer schön sauber bleibt. Plus, was noch sehr interessant ist, die Tavernesen stehen voll auf deutschen Möbeln. Viele Möbel kommen aus Deutschland oder werden deproduziert. Hier ist der Frankenstolz, 100% in Germany. Und ab und zu sehen wir noch den Namen auf Deutsch. Traumbetten und Materazen made in Germany und alles. Ja, ist sehr interessant, sehr witzig. Weil die können Deutsch gar nicht lesen. Und plötzlich komme ich als Schweizer, der Deutsch versteht. Ist das noch recht interessant. Okay, das war es gewesen und bis zum nächsten Mal. WDR mediagroups?